In der 2. Liga beim 3-3 gegen Aachen. Marco Hartmann und der Ball wieder bei Selem Aydemir. Das sind gut und gern 25 Meter und der Ball ist im Tor. Was für ein Hammer. Die Führung für den HFC nach 37 Minuten durch Selem Aydemir. Der passte genau. Keine Chance für Gladro im Cottbuser Tor. Der 3. Saisontreffer für den Mann mit der 10 bei Halle. 2 Minuten noch bis zur Pause. Der HFC hat das Spiel jetzt im Griff.